Musik Tu es, du wirst nicht. Es gibt keinen Versuch. Laut unserer Informationen wollen die Rebellen Bomber-Unterstützung gegen unsere AT-AT-Kampfläufer anfordern. Haltet diese Narren von den Uplink-Stationen fern. Die Rebellen haben Y-Wing-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Uplink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Der Cocktail-Jäger Greedo ist zur Unterstützung eingetroffen. Unserbrech den Abblick der Rebellen. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geaufmissen. Schaltet denjenige aus. Die Kürbungser werfen Karnatel! Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Haltet die Augen nach dem Wehrmacht! Die Himmel ist vertreiben. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Stil erfasst. Feindliche Einheiten in der Zone. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Feindliche Einheiten geordnet. Feinde in der Nähe bin. Die Rebellen haben die Uplinkstation übernommen. Wir müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Die Rebellenschiffe öffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Die Schilder des Kampfläufers sind ausgefallen. Verteidigt ihn. Die beschädigten Schilder sind fast repariert. Lass nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnen. Kampfläufer ist einsatzbereit. Rück zu ihren Ablinks vor. Mach! 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 Die Rebellen haben Y-Bing-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Uplink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Die Bomber der Rebellen haben Luke Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Rebellen in der Zone. Das Rebellenpark hat die Uplink-Station aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer zu schützen. Feindlicher Weibing visiert unseren AT-AT an. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplink-Station aktiviert. Untertitelung des Kampfläufer zu schim Hof von Schering. Uplink-Asst! Untertitelung des Kampfläufer zu sch brutalen Schatzes. ianf. Untertitelung des Kampfläufer zu schützen. Untertitelung des Kampfläufer zu schützen. innen und Kampfläufer zu schützen. Späufer zu schützen. Wir sind in der Unterzahl. Passt auf euch auf! Die Rebellenbomber nehmen unseren Kampfläufer aufs Korn. Achtung! Feindlicher Luftangriff! In der Region hier sind Rebellen! Die Schreiber des Kampfläufer aufs Korn. Die Schreiber des Kampfläufer. Panic ist hier, um uns zum Sieg zu führen. Unser Kampfläufer ist noch einige Zeit ungeschützt. Verteidigt dies, während seine Schilde hochfahren. Wir werden ab links geordnet. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Rebellen geordnet. Anhaltung! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Schafft sofort eine ATSC auf der Schlachtfeld. ATSC Einsatzbereit. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker in eurem Quadranten ist. Rebellenjäger neutralisiert. Sie wollen dich aufs Korn nehmen. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Schwerer Beton, schafft mir dieses Wasser vorbei! Volle Konzentration! Rebellenaktivität! Skywalker ist geschlagen! Rebellenabschau! Bereit machen für Kampfanklungen! Schauen wir mal! Willkommen über die Bondslaut! Die Bondslautentilie! Da war einer oben! Schauen wir mal. Du hast die Aufmerksamkeit. Schau den Krieg auf! three Schicks! Einheiten auf! Das ist schon mal! Eben! Lachen wird ein paar Jahre! Ne! Ne! G damned! Das war's. Achtung, Sturmtruppe. Nein, Lampkorde in eurem Gewinke reden. Achtung!